Entschuldigung, wie heißt das auf Deutsch? Das ist eine Maus. Maus, aber das ist Englisch, oder? Wie heißt das auf Deutsch? Maus ist auch Deutsch. Ah, und wie schreibt man das? M-A-U-S M-A-U-S Ach so. Dankeschön. Bitte. Das ist ein Tablet. Das ist ein Stuhl. Das ist eine Tasche. Das ist ein Buch. Das ist ein Stift. Das ist ein Handy. Das ist ein Computer. Das ist eine Maus. Das ist ein Och. Entschuldigung- Das ist ein Bildschirm Altyaz Abbado Das ist ein 지만 Mittal ist ein vielleicht voll auf Kopf girls die Ist das ein Lehrer? Nein, das ist kein Lehrer. Das ist eine Lehrerin. Ist das ein Buch? Nein, das ist kein Buch. Das ist ein Heft. Ist das ein Handy? Nein, das ist kein Handy. Das ist ein Tablet. Ist das ein Foto? Nein, das ist kein Foto. Das ist eine Landkarte. Ist das eine Tasche? Nein, das ist keine Tasche. Das ist ein Rucksack. Ist das ein Tablet? Nein, das ist kein Tablet. Das ist ein Laptop. Das ist ein Heft. Das ist ein Laptop. Das ist eine Landkarte. Das ist ein Rucksack. Das ist eine Lehrerin. Das ist ein Laptop. Das ist ein Laptop. Das ist das Laptop. Das ist ein Laptop. Entschuldigung, wie heißt das auf Deutsch? Brille. Wie schreibt man das? B-R-I-L-L-E. Entschuldigung, wie heißt das auf Deutsch? Fenster. Wie schreibt man das? F-E-N-S-T-E-R. Entschuldigung, wie heißt das auf Deutsch? Schlüssel. Wie schreibt man das? S-C-H-L-Ü-S-S-E-L. Ist das ein Bildschirm? Nein, das ist eine Tafel. Wie heißt das auf Deutsch? Das heißt Kuli. Ist das ein Bleistift? Ja, das ist ein Bleistift. Was ist das? Das ist eine Uhr. Nichts? Ja, das ist eine蛇. Ich mache dies, was dasыхftest. Aber da ist die Haltung. Ich komme nach dem Ohne. Ich mache es mit diesem Ahnung. Ich mache das mit demž acaba. Ist das O seres in heavenly name? Und es muss michi en die Hör. Micah, der weiß es mit Minuten. Und dann aber es ist mein Ernrix. Ich schreibe das mit dem Asperls. Untertitelung des ZDF, 2020